Hey, pssst, du da, vor deinem Bildschirm. Das ist Kerbal Space Program. Ich bin Fred Vorlaut und das ist Kerbal Space Program. Wir sind hier gerade dabei, mit unserer kleinen Mondfähre hier, ne, Richtung Mond zu fliehen und Bob, der bisher, glaube ich, noch an keiner Mission beteiligt war, einfach auch mal die Weiten des Weltalls bestaunen zu lassen. So, Zeit vorspulen. SMD. Bis zum Eintritt in die Mond-Einflusssphäre. Und dann müssen wir gucken, dass wir halt an einem anderen Ort landen, als die beiden anderen Chaoten, also als, ne, das war beides mal Jeopardy, glaube ich, ne? So, erstmal führen wir da ein Bremsmanöver durch. Um uns einen angenehmen Mondorbit zu sichern. So, 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 so. Da ist die Marke. So, falls sich jemand wundert, warum das gerade so abrupt gestoppt hat, ne? Das liegt daran, dass ich die Zeit beschleunige. Dann werden Rotationen und so nicht mehr berechnet. Das ist ein kleiner Trick. Das ist natürlich im richtigen Leben anders. So, uah, nicht so schnell. So, zack, bremsen. Das sieht doch gut aus. Das gleiche machen wir auch noch, ähm, oh, warte mal, wir können ruhig ein bisschen näher ran bremsen. So. An dieser Stelle machen wir das gleiche nochmal. Den hier legen wir raus. Dann gehen wir mal kurz auf die andere Seite. Führen das Manöver noch aus. Und dann werde ich die, ähm, äh, Phase mit dem Antrieb jetzt gleich abspringen. So. Zack. Das sieht doch gut aus. Brauche ich ein bisschen kleiner noch. So, die Frage ist, wo wollen wir landen? Wo wollen wir sein? Also, wir sind hier schon mal gelandet. Dann sind wir da, äh, Jebediah war da und da. Wäre auch vielleicht mal ganz gut, wenn wir hier irgendwo landen könnten. Ne? Das heißt, ich werde hier ein Bremsmanöver durchführen. Von dieser Art etwa. Ja. Gut. Ähm, das heißt, wir drehen uns da mal hin. Dafür kann ich auch noch hier diesen Antrieb benutzen. Ich muss ja nicht, äh, unnötig Sprit verschwenden von dem Haupt, äh, von der, von der Fähre selbst. Ach, da links sehe ich es doch. Jupp, jupp, jupp. So, sehr schön. 30 Minuten, dann machen wir unser Bremsmanöver. Dann wird, äh, gebremst. Das ist nur ein ganz kleiner Burn. So, wo landen wir denn hier? Ist schon ganz gut, glaube ich, ne? Hier irgendwo. Gucken wir mal, wo uns der Weg hinführt. Da so hin. Das ist doch gut. Dann werden wir wahrscheinlich in Wirklichkeit hier vorne irgendwo landen, weil wir hier dann auch noch bremsen müssen. Ähm, ist also ganz gut, wenn wir da an dem Rand des Kraters sozusagen dann landen. Den Manöverknoten hier, den entfernen wir mal. Und, äh, dann werde ich jetzt schon mal sagen, dass wir mit unserem Treibstoff hier doch ziemlich gut zurechtgekommen sind. Na, wir haben jetzt hier fast nichts mehr drin. Die Tanks sind alle voll. Das ist sehr gut. Und die, ähm, wie viel sind das? 84 da? 85. Die schmeißen wir jetzt ab. Ich schmeiße sie sogar jetzt direkt ab, weil wir gerade noch, ähm, das Triebwerk hier, ne? So. Wir bewegen uns in diese Richtung. Wenn ich das Triebwerk jetzt absprenge, dann wird das Triebwerk in die Richtung abgesprengt. Aber unsere Kapsel kriegt auch nochmal einen kleinen Schub in die Richtung. Das heißt, das mache ich jetzt einfach mal. Mit der Leertaste. Sehr schön. Ach ja, Bob. Alles gut bei dir? Mal ganz kurz gucken, ob man hier schon irgendwelche Punkte verkriegt. Naja, 6,9, das ist nicht so viel. Reset. So. Jetzt brauchen wir nur die Zeit ein bisschen schneller laufen lassen. Oh, es ruckelt ein bisschen. Huch. So. Wo ist der Krater, von dem ich geredet habe? Unter uns. Welche Richtung bewegen wir uns denn? Diese hier. Okay, kann man von hier aus einfach noch nicht so gut erkennen. Ähm. Wir sind aber jetzt schon hier. Das heißt, ich werde hier schon mal anfangen. Wohl, nee. Es wird kein Suicide Burn. Hoffe ich mal. Das Suicide Burn ist der, bei dem man ganz knapp über die Oberfläche hinweg fliegt und dann wirklich im letzten Moment nur beschleunigt, sodass man gerade eben, wenn man die Oberfläche berührt, ähm, dass man dann gerade eben, äh, äh, auf Null kommt. Ne, das ist das Ziel beim Suicide Burn. Ist natürlich auch ein Risiko, weil man ganz leicht einfach zu spät bremsen kann. Und dann ist man tot. Ich habe gerade mal eben ganz kurz, äh, schnell gespeichert, falls man das vielleicht nicht mitbekommen hat, mit F5. Das ist ja auch nicht verkehrt. Ich möchte vor allem erstmal die horizontale Geschwindigkeit abbauen. Deswegen bleibe ich jetzt hier, bis der Bremsvektor ungefähr da ist. So, ist natürlich auch nicht gut, weil ich dann jetzt gleich einfach gegen die Schwerkraft arbeiten muss. Aber wir haben ja genug Treibstoff mit dabei, denke ich mal. Hm, ich fahre mal die Stützen aus. Vielleicht noch ein bisschen früh, aber sicher ist sicher. Ich kann gar nicht einschätzen, wie weit der Boden noch weg ist, weil die Angabe hier, die stimmt ja gar nicht unbedingt. Ne, das ist halt nur die Angabe über Normal Null. Ich weiß nicht, wo das hier beim Mond genau definiert ist, aber, ähm, es kann sein, dass wir hier deutlich höher sind. Äh, deutlich niedriger sind. Und um das letztlich festzustellen, werde ich, äh, einmal in die Innenansicht wechseln. Da kann man das nämlich nachlesen. Da, das ist die Radarhöhe. So, das ist eigentlich so die Anzeige, die wir brauchen. Äh, der punkt ist halt beinahe geschwindigkeit jetzt zeige ich wieder auf dem bildschirm einer höhe von 500 metern bei 50 meter pro sekunde haben wir natürlich nur zehn sekunden zeit jetzt haben wir wieder 20 meter pro sekunde die würde ich ganz gerne halten bis zu einer höhe von 200 metern hier ist dieser hier dann hätten wir nämlich noch zehn sekunden zeit jetzt ich habe die falsche taste gedrückt so seit wann sind hier denn steine ist das auch neu mit dem update nee ich drücke immer zieh achtung und pump das war doch super hat doch super funktioniert licht wieder aus licht aus so das brauchen wir nicht es ist ja hell da sieht man kürbin sieht schon gut aus so leiter fahre dich aus observe materials 100 science wenn wir die zurückbringen observe mystery goo 40 science wenn wir die zurückbringen so die bringen jetzt natürlich gar nichts mehr weil wir die jetzt hier schon gerade gemacht haben also das sind die 40 science die die anderen auch bringen würden wie set experiment experiment toggle display lock temperature 32 science keep data dann brauchen wir einen crew report 20 science keep data wir schalten mal unser srs system aus und machen einen kleinen außen spaziergang ja kletter 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 hier mal runter du nase pump so dann machst du mal einen kleinen eva report 32 science das ist super wir nehmen eine bodenprobe 120 science und jetzt kommt natürlich das wichtigste kann ich das nochmal nehmen nee okay plant fleck ich glaube wir könnten jetzt die bodenprobe zurück zum raumschiff bringen ähm bob was hier äh wir könnten jetzt die bodenprobe zurück zum raumschiff nehmen und prinzipiell können wir dann noch eine äh können wir dann noch eine weitere bodenprobe mitnehmen glaube ich zumindest dass das so geht das problem ist halt ähm dass die bodenproben wissenschaftspunkte abhängig davon geben in welchen biomen sie gefunden wurden und wenn wir hier halt in der nähe nochmal eine bodenprobe nehmen dann äh haben wir im endeffekt nichts gewonnen weil wir die dann einfach nur die gleiche bodenprobe zweimal haben mal bitte ganz kurz hier äh aktivieren ich möchte mal hier zu so einem stein buch äh so bill freut sich auch hier zu sein so was ist denn das hier für ein Stein die gab es doch früher nicht äh ich glaube ich gehe hier mal lieber weg das äh ist auf jeden fall eine erfolgreiche mission wenn wir damit gleich zurück kommen aber ich bin da guter dinge weil wir hier noch ziemlich viel treibstoff haben und alles gut ist so kann man da dran springen sehr schön das war sehr elegant wie du das gemacht hast bob und äh ja dann sind wir jetzt an bord ne ach warte mal was natürlich noch geht ist jetzt hier collect data zu machen zack so dann haben wir die halt hier in der kapsel ist ja auch okay so leiter bitte wieder einfahren das ist eine praktische leiter so eine bräuchte ich auch wobei ich benutze wo sollte ich hin ist ja auch egal ähm wir sind auf jeden fall hier ganz oh das ist gut das ist sehr gut ja dann würde ich sagen dann fliegen wir wieder weg ne sr 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 an wenn wir noch kurz auf die karte gucken haben wir noch zeit ja die brauchen ja noch echt ewig die hier und japan da ja die brauchen noch so lange da können wir noch so viel zwischendurch machen aber ich will die auch nicht jetzt ewig da hängen lassen das ist ja auch interessant jetzt die mission nachher zu beenden ich würde vorschlagen wir fliegen jetzt gleich hiermit erstmal zurück zur oberfläche der zurück nach körbin und dann kümmern wir uns um jeppe da ja und die und die andere sonde und damit würde ich sagen sehen wir uns hoffentlich übermorgen wieder bis dann auf wiedersehen tschüss